hallo und willkommen zurück hier am strand mit einem richtig versauten wasser und der möwe und dem flaschenblasen ja patrick grüßt erstmal die zuschauer guten tag hoch nach was ist das schön ach was ist das schön wie ist das schön so schön war es doch die erste kerze das hieß sowas aber erst eine kerze der kerze ja das gibt's nicht ich wollte eigentlich heute das 4 zu 1 schaffen freunde und ich das 32 doch 32 ist aber nicht schaffen aber du kannst mir die jetzt wasser schießen so der kit ist wieder dabei der sitzt gewusst ein um dich zu kriegen ich glaube was ich könnte die ach da ist ja auch scheiße 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 ich finde das hast du gut eingestellt da habe ich gar nicht mehr dran gedacht stimmt wir haben jetzt nur 30 sekund zugzeit wir haben acht würmer mit jeweils 150 leben lebensfunkte ja und mal sehen ob wir diesmal das limit der zeit erreichen werden weil 30 minuten habe ich ja gelassen ach der captain eis ist dran captain eis ja auch sein leben hat ein eis wie war das nochmal dieses lied captain jack oh äh captain jack hey yo captain jack weiter weiß ich auch nicht mehr ist mir auch voll scheißegal ach ich bin zwar billig ne aber ich bin auch sehr billig ey du bist so billig ey du bist so billig ne ey du bist so billig bam boah warum machst du eigentlich zweimal in folge die selbe attacke weil ich gerade nichts besseres auf lange hatte für den track möchten die unsere zuschauer etwa langweilen übrigens ich habe den track ja gerade was abgezogen ne auf meiner auf meiner cd habe ich auch viele tracks die hast du auch alle abgezogen ne ja genau oha hier ist geil oh hier ist das scheiße weil darum ja jetzt machst du dasselbe wie ich du nachmacher dragon ball ich hab ihn ne wobei der reicht nicht doch der reicht der reicht doch ja da hast du eigentlich recht der reicht ja was dankeschön scheiße jetzt warte ich nur noch auf den profit und dann sind alle drei die drei Würmer dran leck mich das hast du schön gemacht ja leck mich ach wie herrlich jetzt ne snake komm jetzt ne snake ach man ne steak willst du jetzt ne steak steak aber ich hätte auch gerne ne steak boah jetzt ne oh alter jetzt ne steak ich hab voll hunger gerade komm wir machen mal die aufnahme wir machen mal ne pause ich hab hunger nee jetzt kommt der trick des jahres guck ja ich weiß was du vor hast und es hat sogar funktioniert bin ich gut ja gut ich hab meinen maus abgezogen ach egal hast du gesehen wie gut die gerade geworfen war ja oh nein ach nö lass dir soap in ruhe happy birthday to you oh happy birthday lieber irgendwas kannst du dich ausblasen oh dankeschön nicht ins wasser cool ey warum ist der nicht ins wasser geflogen ja weil das der soap ist der hat alles schon überlebt aber aber 70 geil was für nicht uns laufen gesichtet hier rechts im kartett achso ähm ja ja also ich bin ja ein schwein ne immer 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 ich muss mich jetzt gleich nur in sicherheit bringen komm ich da hoch nö scheiße herrlich was haben wir denn vor das hier halleluja wie kannst du nur so kirchliche sachen äh BÄM ja boah ja 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 herrlich BÄM Junge und da sag ich nur halleluja ja was der war krass der war ich krass der war gut ne der war krass oh nein nein ich bin grad ein bisschen müde achso ne nein bitte nicht bitte mit Sahne äh was das Rama Rama ja der Werbesau achso soll ich jetzt auch ne das Problem ist nur dass da alle rot sind ne ja mach 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 was du willst scheiße nein ja bleib schön stehen jetzt ja komm bleib stehen ja und dein eigener yes super dankeschön ach herrlich ja so das liegt einfach an meiner Müdigkeit wir haben mittlerweile 23 zu 58 ja ja du musst deine zahl arbeiten eke egal 50 seconds hast du noch hast du gehört 50 seconds 50 seconds 50 seconds was machst du hä das achso hab ich gar nicht gesehen bam und weg ist er ach ne so ich hasse diese Stranddinger hier ich liebe sie oh nein so Rache ist Blutwurst Rache ist ekelhaft und deswegen kriegst du jetzt von mir einen persönlichen Freund von mir ach nein ach schade schade ja alter lass den Prophet in Ruhe einen persönlichen Freund von mir ach ein Granätchen eigentlich war es ein anderer Freund aber egal ach du willst da ach so äh nein ja scheiße ja na ich dachte der fliegt ein bisschen weiter wenn der Prophet gleich dran ist ne ist der Tick weg nimm in der Punkt ja jetzt geh ich erstmal sammeln ich alter du alter äh kunstbarn ne sammelbanauser oh bitte bitte schaff ich das das schaff ich das schaff ich das nein ja 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 auf jeden Fall was hast du vor hm was hast du vor ich probier mal grad was ich finde lust wie sie mögen im Hintergrund tanzen hast du mal gesehen guck mal ja hab ich mal was abgezogen aber geht ja ich glaub sogar mehr als meinen ah geht der Prophet überlebt der Prophet überlebt ja gleich leider fliegt ja gleich ins Wasser ja ja hast du recht ja hast du vollkommen recht äh so ich hab mir leider nicht viel Zeit ach du bist du du bist nur ein Looter ey was denn jetzt jetzt gehst jetzt holt er sich wieder die Kiste ey boah was soll ich mit der Schäße einfach friss es einfach ey jetzt ist der Donald wieder dran ne ach ey ach du 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 ey du ja 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 scheiße das hast du schön gemacht toll ja und diese oben geblieben hast du toll hingekriegt und ich stehe zwei nebeneinander weil dir perfekt ich hab grad scheiße gebaut Freunde ja das äh kann man so sagen es ist Zeit für Dark Queen Dark oh scheiße yeah du kommst da nicht hoch es sei denn du hast ein Seil und jetzt lass dich bitte fallen von dahin man macht jetzt was schönes ach so ich weiß ja wie er hier überraschungseier ne ach so ne knöpkes 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 minche minche ist doch knöpke BÄM cool von einem und auch ins andere ja das das kennst du ja ne von oh ja wobei ne komm das wollen wir nein das wollen wir ach genau dahin das ist nicht zoomenfrei ja jetzt wirst du ach schade bescheuert lässt du das bitte lässt du das bitte wuch oh nein yeah aber die haben überlebt beide ja die müssen so viel abgezogen gekriegt haben ah ja haben sie aber ne ist also ist ist anständig jetzt mach ich erstmal was besonderes pass auf jetzt kommt erstmal was tolles für deine Würmer weil was du kannst kann ich auch pass auf ich bin die Öko Tussi Öko Tussi genau dazwischen perfekt boah und 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 bitte 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 ja 199 und ja alter du hast mir grad 199 leber gezogen ich weiß die zieht wenn die richtig sitzt zieht die total viel ab du das ist ach das ist schön so jetzt muss ich mir eine neue Taktikauslage lass dir Soap in Ruhe der kriegt gleich von mir richtig was aufs Maul ja lass dir Soap in Ruhe alter du krieg jetzt richtig was auf die Fresse ja ich komm gleich da rüber wenn wenn was wird das bam verdammt gott sei dank puh das war knapp jetzt boah scheiß auf Soap yo yo bitch was was ich hab bitte gesagt ja achso bitte mit Sahne nein ja ach verdammte Scheiße kacke ja ich freu meinen Keks nein ach ja sorry die Pussis erstmal weg hier meine Frau nehm ich denn na komm bye bye baby oder soll ich das machen ja komm dann ist die da ist der Dreck ist der Dreck du bist so ein Arsch du bist so ein Opfer alter was ich bin Opfer ey nur weil ich Opfer bin ja du bist so ein Opfer und warum sag ich Opfer ne Beleidigung ich krisse erstmal fett einen in die Fresse warum sag ich Opfer ne Beleidigung ich weiß ich nicht ob du krisse Freunde schreibst doch mal in die Kommentare um Opfer eine Beleidigung ist vor allem hier auf Youtube du bist voll Elvido Opfer so da geht die Segens da geht nicht da geht nicht der Countdown ist running down nur 10 NEIN hab ich dir wenigstens was abgezogen nö oh äh was war das denn für ne geile Aktion von der ich fand die krass warum kam der von da ich wollte den von links haben du hast doch einen Pfeil der zeigt die anderen aus welcher Richtung ob den kommt was so wie wir haben wieder was gelernt war so und jetzt nehmen wir das au 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 ne 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 bin ich denn gescheuert ich hoffe das reicht Freunde ich hoffe das reicht hoch hat der Mic komm ja ziemlich genau ziemlich genau ok so dann ist der auch down so jetzt mach ich erstmal deinen anderen Edward langsam ja den wollte ich genau so hä so so hä naja äh Vora das mach ich schon ich werd ne cooler Wahrsager ohne Scheiss und da auch auch noch ne richtig schöne die da drauf gegangen ist ne ja ja Ja, ja. Ja, Alter, wieso? Jetzt hab ich eine komplette Halleluja-Bombe verwendet, ey. Scheiße. Oh, 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 oh. Ich hab noch zwei. Noch zwei? Ich könnte jetzt was riskieren. Ja, mach. Ich glaub, ich mach's, komm, ich mach's einfach. Ich kann's, ich weiß, das würde nicht klappen, aber ist ja egal, ne? Was? Nein! Jajaja! Gott sei dank. Schade. Gott sei dank. So, das Steak ist wieder dran. Bleibt der jetzt in der Luft, da? Ja. Darf ich mal ne Profeteilung abgeben... Nösh... Ich kann nicht mehr. Manu, du tötest mich noch. Weil ich so lachen muss. Na gut, da kannst du nix machen. Nö. Auf gar keinen Fall kann ich da was machen. Ja, du kannst ja überspringen, du kannst nix. Auf gar keinen Fall kann ich da was machen. Was hast du von den Dingern, Alter? Ja, so viel wie du. Hey? Ich hab nix gesammelt, außer mein Kamikaze, oder was? Ja, Herr. Okay. Kann man denn? Ja, du bist voll billig, Alter. Ich wusste noch ein bisschen anders. Der muss mir mal alles nachmachen. Der knallt nicht genug. Der knallt was? So, äh, ja. Ja, scheiße, davon habe ich nichts mehr. Das ist natürlich... Very unpraktisch. Bingsbums. Das ist aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Mach jetzt ruhig was du willst. Ja? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe es geschafft. Hey, Anima! Kann er das jetzt machen? Bitte. Das wird dir nichts voll abziehen, aber hoffentlich reicht es. Wobei, wenn ihr richtig trifft, vielleicht schon. Ja, das reicht. 42 plus. Ja, okay, der ist weg. Und dann ist er dann auch dauernd. Ja, der ist auch weg. Ne, alle weg. Ne. Doch, doch. Was? Scheiße, war ein paar Punkte zu wenig. So, jetzt ist das Spiel fair. Ja. Ja, finde ich auch. So, ich mache mich dann noch vom Acker, Freunde. Ach, jetzt skittert sich wieder ein Megawurm, ey. Der Megawurm. Schneller! Schneller, schneller, ich muss doch was schaffen. So, Alter. Lass dir Zeit, lass dir Zeit, lass dir Zeit, was dir Zeit. Yeah! Boah. Boah. Ohohohohohohohoho. Alter, ich hab n' fette'n Wurm. Hm. 225 hat sicher geil. Jetzt ist tricky. Jetzt ist tricky. Ach, der ist dran. Ach, der ist dran. Ach, das wusste ich gar nicht. Ach so. Scheiße. Oh nein! Ich seh das 4 zu 1 Freunde. Ich seh das 4 zu 1. Ich seh das 4 zu 1. Ach ne, ich setz aus. Äh... La la la. La la la. Ganz da oben eh nichts machen. Hallo, hab ich den nicht schon mal gehabt? Da werden die LP's deine Finger nicht knacken. Achso, entschuldige. Ja, mein Hör anzut. Schau mal, ich will mir das abgewinnen, aber ich bin halt kein Alkoholiker, ich bin ein Knacker. Ja, das ist echt so ne Krankheit von denen. Richtig brutale, ansteckende Krankheit. Ja, vor allen Dingen ansteckend, ne? Ja. Ja, egal. So. Ich hoffe es klappt. Nein! Das hat geklappt. Fuck! Ah, Mist. Egal. Ich hab so viel Leben. Scheißegal. Luft zum Atmen. Eine Waffenkiste. Luft zum Atmen. Äh... Was hast du da? Was hübsches. Ah, ich weiß was. Ne, doch nicht. Ich bin so doof, ne? Hihihi. 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 Schuldigung. Scheiße. Ich könnte ja die Oma runterschicken. Na, die Oma läuft gerade aus. Nö. Ich würde nicht so weit machen. Ich würde nicht so weit machen. Ich fülle wie... Ah, das stinkt. Ah, das war gut. Jetzt heißt es, also jetzt heißt es 101, ne? Oder? Ich fand, ja, ja, ich fand die Oma so erst furze, nicht voll voll. Und dann geht in die Luft und haut deine Würmer richtig in die, äh, in die Chloake, genau. Und nimm's Wasser. Ich... Ah, ich kann nix... Ah, doch. Die Lenkrakete des Grauens. Äh... Ich bin so doof, ey, hunder jetzt. Das ist echt, äh... Die kannst, die kannst du nicht lenken, das Ding. Man muss es können, Freund, man muss es können. Ja, äh... Ja, äh... Das Problem ist jetzt nur, äh, was macht ich jetzt? Ja, jetzt kannst du nix mehr machen. Äh, doch. Und zwar The Follow Sing. Äh, I believe I can fly. Scheiße. Wollte ich eigentlich nicht. Egal, äh. Ja, ja, ja! Boah! Ach, so steuert man die. Alles klar. Äh, genau da, wo ich hinwollte. Okay. Gibt nur da, wo ich hinwollte. Ach, wo ist es übrig geblieben? Wer ist eigentlich bei mir noch da? Daisy, sag? Ach, Daisy, das gibt's doch nicht. Die Daisy. Äh... Das war viel zu viel. Ja. Wisst. So. Jetzt mach ich folgendes. Schön, dass man davon so viel hat. Zwei Stück. Ja, ja. Fuck. Ach, sie war ein bisschen zu schwach. Ah, ich hab ne Idee. So. Ich hab ne Idee. Ne Idee? Ich hab ne ID Card. Ich hab auch ne ID Card. Aber nicht immer. Was? Scheiße. Genau dieser eine Pimmel bleibt da hängen, oder was? Jo. Fuck. Aber du kommst jetzt da? Ah doch, klar. Wenn du Seil hast, kommst du da noch hoch. Scheiße. Ne, kommste gar nicht. Ne, ne. Ne, ne. It's over, my friend. It's over. Jetzt hängt er da noch ein Pimmel fest. Und jetzt zieht er sich wieder hoch und fällt runter. Wenn ich stehe noch? Ja, du stehst noch. Optimal. Ja. So. Jetzt, da hab ich da oben noch keinen Fehler machen wollen. Ja, mach euch Fehler. Ja. Hui. So, und jetzt, wenn jetzt alles, also wenn du da muss, aber alles glatt laufen. Ninja-Seil, hör auf. Was soll ich mit dem Rand? So. Jetzt, also, jetzt wird's aber jetzt, also leck mir um Arsch, ne? Also jetzt wird's, äh... Tricky, ne? Äh, nicht nur tricky, Freunde. Ich geh mal ein bisschen zurück. Es wird nix, es wird nix, es wird nix. Nein! Nein! Ja! Nein! Hör weg! Nein! Wie kann man so ein Glück haben, ey? Hui! Ja, weil's meine sind. Die töten mich nicht. Wollte nicht? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass die aber auch nichts abgezogen worden ist. Das ist was Blöde jetzt daran. Äh, aber ich hab mir ganz großen Vorteil verschaffen, indem ich da um die Kante weggeknallt hab. Und ich hab auch noch was anderes geschafft. So. Und zwar genau das... Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Okay. Puh, das ist ja ein Kopfer-Kopfwein, Freunde. Mh. Uh, 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 uh. auf der brust wobei das geht nicht doch das geht nein das geht nicht doch siehst du das geht nicht was wieder toll gemacht naja ich springe es da unten nach und nach alles weg ja was bringt das irgendwann hast du kein grund mehr okay und es gibt eine granate die kann mich jetzt retten und grenet hast du noch eine halle juja nee ja vielleicht geworfen ich habe eine banane doch so eine banane ja in der hose was was aber diese kleinen chiquitas ja das wird nichts das war ein bisschen zu weit ja die idee war aber nice und hier ist alles kaputt jetzt ein bisschen weniger schmack ist ein bisschen weniger schmack ist nehmen soll ja da wärst du weg gewesen die hätte ich soweit gesprengt ja so jetzt ist aber für mich der weg frei ja volkswagen auf der ist alt und abgenutzt und voll stinkig schon was der riecht schon so jetzt aber ich trau mich das ehrlich gesagt gar nicht ja das ist spring einfach nee das geht ich muss ich muss jetzt kommen ich kann nicht so aufpassen freunde ja ja ich komme da nicht runter ich komme einfach nicht runter ja dann bleibt doch da oben ach warum wer kommt dahin so ich habe nicht mehr viel wäre ich auch nicht das roten muss ich jetzt hier werfen zack die werbung hoch hoch was 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 und 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 was ach was ach was so freunde so entweder das ist die perfekte ausgangslage ich könnte jetzt also meine karte setzen ich brauche dich jetzt gleich nur ins wasser karte portieren ja ich überlege noch kurz fünf sekunden mach einfach nie dann auf die bescheuert man auf gar keinen fall wie wenig denn deppert nein das wollte ich nicht so jetzt gezielt werken okay und ich darf nicht vergessen weg zu springen jetzt das gibt es doch nicht oh bitte 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 ninja sein wasserbombe da bringt dir jetzt gar nichts ne so let's do it 50 Sekunden ui respekt mein freund aber ja und im loch ja und ich bin in sicherheit das war schön ja du musst zugeben das war gut der war echt nicht schlecht ja muss ich wirklich gestehen und du bist wieder im loch ne ja ich bin weißt du was 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 war das denn wach ein teleporter ich muss mir ein bisschen boden über die füße verschaffen das ist eine gute idee der teleporter ja und deswegen war ich nicht so blöd und ich wollte mich einfach ganz woanders hin teleportieren ah das wäre ne scheiß idee gewesen Ja. Sehr schön. Du bummst gerade den Fels. Jetpack. Okay. Super. Du kriegst auch noch ein Jetpack. Ich glaube, ich spinne. Verkackst, verkackst, verkackst. Scheiße. Ich hab ein Teddybär zum Spielen. Okay. Uh, okay. So, jetzt würde ich sagen, es ist fair, ne? Ja, würde ich aber auch sagen, ganz ehrlich. Ach, verdammt. Ja, da komme ich aber nicht dran. Da komme ich nicht dran. Ich kann hier nicht hoch. Guck so, ich kann hier nicht hoch. Ach so. Ich kann hier nicht hoch. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Und zwar kriegst du jetzt mal eine richtige Packung Action hier. Ach, du hast keine Cluster mehr, ne? Doch, aber ich finde die scheiße. Ah, okay. Das zieht aber nicht viel ab. Ja! Verdammt. Ah, das war ein Glück, ey. Scheiße. Ey, ich war da so... Okay. Aber gutes Spiel, ne? Gutes Spiel. Ja, also das Spiel war echt geil. Also das war... Das hat Spaß gemacht jetzt. Mit Abstand eines der besten bisher, fand ich. Ja, aber ich hab zwar jetzt nicht gewonnen, aber trotzdem das Spiel... Das war mal knapp wenigstens. Das war echt mal knapp. Also das war jetzt wirklich eines der besten Spiele, die wir hatten. Ja, wir hatten zwar erst sechs, aber... Das war echt, also... Ich hätte noch nicht gedacht, dass es funktioniert. Ganz ehrlich. Ach so. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie weit wir spielen wollen. Wollen. Sollen. Also, wir haben auf jeden Fall Spaß dran und wenn euch das auch gefällt, dann wird das auch noch ewig weitergehen. Genau. Bis dann irgendwann... Ich sehe es schon kommen. Wir sind so 80 Jahre und oben steht dann so 5000 zu 4860 oder so. Genau. Also dann, wenn wir alt und grau sind, ne? Ja, ja. Sind wir zwar jetzt schon, aber... Ja. Das ist ja egal. Dann sind wir nur... Also jetzt sind wir noch jung und knackig, ne? Und dann sind wir nur noch jung. Und nicht mehr... Und ranzelig. Ja. Genau. Außerdem könnt ihr ruhig mal in die Kommentare hauen, welchen Spielstil ihr am besten mögt. Also, wie viel Würmern, Deathmatch, Klassik, Festung und Zerstörung, Anfänger, Profi, Vollnoob, Kacknoob, totaler Noob, überhaupt kein Noob. Beschreibst du gerade wieder dich selber? Ja, ja, klar. Immer. Also, ich bin totaler Kacknoob und du bist totaler Noob. Ja. Richtig? Ja. Okay. Es ist spät und ich laber scheiße. Ja. Nee, auf jeden Fall, ne, dann schaut's mal in die Kommentare, wenn sich das überhaupt jemand anguckt. Schaut's mal? Schaut's mal? Haut's. Haut's. Achso. Haut's. Ja, ich war mal ein bisschen bei dir, ich spreche, schaut's mal, kommt da rein, ey. Joa. Na, ey, was wollte ich sagen? Äh, hab ich vergessen. Scheiße. Ja, ich würde mal einfach sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich wollte was sagen. Ich wollte was sagen. Was willst du denn sagen? Ich hab's vergessen. Verdammt. Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Weißt du, was der größte Vorteil an Alzheimer ist? Dass man alles vergisst? Man lernt ständig fremde Menschen kennen. Hahaha. Jeden Tag. Ah, ja. Entschuldigung. Ich lerne auch ständig neue Haustiere kennen. Okay, komm, da muss ich mich für entschuldigen, weil da macht man keine Witze drüber. Ja, das stimmt. Das ist mir jetzt auch, ähm, ja. Okay. Nee, das stimmt wirklich. Das war nicht, war nur Spaß. Schluss jetzt damit. Wir, äh, ja. Ja, ähm, dann eine wunder, wunderschöne Woche, Freunde. Genau. Und wir sehen uns am nächsten Wochenende wieder. Bis dahin. Wenn es wieder heißt Rot gegen Blau. Oder Blau gegen Rot. Oder Pink gegen... Äh, nee, das war was anderes. Ich hab grad das LP verwechselt. Entschuldigung. Hahaha. Okay, also bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.